Fuck! Alter, er steht vor mir! Alter, na! Na! Es ist wieder von hier in den Kult, Alter! Legt mich an meinem behaarten Eiern, Mann! Ich mochte mir ohne Scheiß! In Araber. Es ist sicher Asylwerber, Leute! Der hat WLAN in sein Asylantenheim, dort wahrscheinlich der Spülerkort! leute was geht es geht wieder am start mit einer neuen live country in mc5 hat schon jeder ging jeden aufbaustelle und ja ich werde mit der crew die lobby da war schon dann ging es jetzt so ist mir wurscht die mir jetzt nicht aufregen leute das sieht mir gar nicht auf jeden fall einmal wieder mc5 am start bei ios gamer ja ist länger nix kommen danke ja warum das ganze ist eigentlich daran gelegen dass sie zurzeit keinen bock gehabt hat ja er schluckt die hitmarker wie seine lassen wir das thema mal auf jeden fall ist ja länger länger nix kommen war einfach deswegen ja auch nicht wirklich bock gehabt ehrlich sagt gott er auf den ganzen shit da mit mc5 wo ist der schlingel da äußer er geht nicht drauf mann wer verpiss dich wenn sie schon verpisst mit einem jenemann bringt ja gar nix haben wir wirklich die motivation kommt das game zu suchten ja komm geht auch okay jetzt geht er dann da ist der nächste nice one Und ja, deswegen habe ich mal die 5 Arten gemacht, der ist ja gut angekommen. Und jetzt krotzt es mit dem Haus. Geil. Und während dem Video kommst du jetzt euch selber nieder. Laul von wo? Ich habe einen Headshot gekriegt, Leute. Das ist nicht so geil. Das ist der iOS Game & Headshot gekriegt. Ich verreckt habe ein Video, Alter. Da oben ist er. Ich habe ihn schon gesucht. Alter, mit dem Schub schlucken es einfach ein ganzes Magazin. Das ist echt abnormal. Da hinten ist einer langgegangen. Der mit der FS80, Alter. Der... Boah. Der hat Random Aim, kommt mir vor. Der wird bei neben dir. Der hat das belastend, ne? Oh. Naja. Das war jetzt umsonst die Granate. Ich würde auch da geht nicht down. Kannst dich ja verpissen, Mann. Die Challenge sicher nicht mit der Crew in der Entfernung, Alter. Das ist Selbstmord. Da hinten ist einer. Klar, Steven überdenkt. Oh, da beide. Ey, Lola. Ist der Alien-Member ist drin? Okay, er hat verlassen. Ragequit. Ragequit. Hör auf mit zu messern. Ober mir ist Ahna. Ich hab Druck. Ich hab Druck auf der Blase. Okay, na doch nicht. Fuck, jetzt bin ich schon zweimal gestorben, Leute. Das ist schon wieder so... A Abfucker-Moment, Alter. Wo ich mir so denke. Warum? Das sind solche unnötigen Tode. Erstens, weil ich kein Aim hab. Und zweitens, weil Scheiße bin. Na Spaß. Aber... Je... Fuck. Alter, er steht vor mir. Alter, na. 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 Fuck, er steht vor mir. Drucken die scheißverfickten Hitmarking. Seine behinderte... Bastardfresse. Jetzt weiß ich schon wieder von hinten kohlen, Alter. Legt mich an meinen behaarten Eiern, Mann. Ich moff nicht mehr. Ohne Scheiß. Er geht nicht drauf mit der Scheißgranaten, Alter. Dem juckt's einfach nicht. Ich schluck nicht einmal einen Nate. Und er schluckt einfach einen Nate und ein paar Hitmarker. Das ist so abnormal. Aha. Verdient. Das Außengeer da hinten ist wieder einer gespawnt. Das interessiert mir mal gar nicht. Ich geh mal ganz außen drunter. Und da ich nimm mir. Nimm mir seine gespawnt haben. Ein Araber. Es ist sicher Asylwerber, Leute. Der hat WLAN in seinem Asylantenheim. Dort wahrscheinlich der Spürgerkopf. So. Wo sind sie? Ich boit alle Kills, Leute. Das läuft ja bei mir, ne? Ich hoffe, zu Messern. Leute, der schluckt. Was ist das? Komm, nächsten. Ich hab keine. Moin mehr. Komm. Nein, 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 jetzt bitte. Holy shit, war das knapp, Leute. Ich hab den noch kult. Oh mein Gott, Mann. Okay. 28 zu viel auf jeden Fall. Geht klar. Ist ganz okay. Und ja, ihr hättest gesagt, Klaus, Kommentar und Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haben wir wieder live Kommentare ausgekaut. Und ja, ich bin raus, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.